Ja, und schon wieder Action, reiche Musik hier. Fast ja. Öfen? Da wird nichts drin sein. Nee. Nein, da ist nichts drin. Oh. Müssen hier runter. Also hier in der Bude ist schon mal keine Kiste. Na gut. Dann müssen wir halt wieder rausgehen. Mann. No. Kommt bestimmt gleich irgend so ein kacki Zombie und ermorchelt uns. Wie jedes Mal. Hm. Ach Mensch, lasst mich bloß in Ruhe. Ich stelle mich hier in die Ecke jetzt. Lasst mir bloß mein Frieden, ey. Ach, hier war ich vorhin gar nicht drin. Gibt es hier eine Kiste? Ja. Hier ist die Kiste. Eine Wasserflasche. Ich verstehe nicht, was es mit dem Rosenrot auf sich hat. Aber wir schauen mal. Ich muss mich da eh noch ein bisschen mehr erkundigen. Ist hier was? Eine Kiste. Nochmal eine Hose. Was hat es mit dem Rosenrot auf sich? Sehr interessante Frage. Wofür wird das Rosenrot benötigt? Hat da jemand eine Ahnung? Hm. Ich will das wissen. Ey, hier ging es doch gerade noch irgendwo hoch, oder nicht? Ging es da nicht noch irgendwo hoch? Äh. Anscheinend nicht. Mann. Immer schön auf der Hut sein. Okay. Da tiggert nichts rum. Dann gehen wir mal in das Haus hier. Und ich höre hier schon wieder irgendwas rumgrölen. Lass mich ja in Ruhe, du Vogel. Ach so, hier war ich schon. Ja, es ist halt das Blöde. Durch den Regen hört man die Zungen dies jetzt gar nicht unbedingt. So, aufpassen, dass hier nichts kommt. Ey, ich will hier rein. Wow. Wow, 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 wow. Scheiße, bin ich jetzt erschreckt. Scheiße, Mann. Ja, haut ab, Mann. Och, Mann. Leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch nicht. Auf gnadenlose Art und Weise. Hier wieder von hinten ermorchelt worden. Mann. Also, ich schaue jetzt mal, ob ich hier nochmal im... Ja. Ich bin wieder in der richtigen Gegend hier. Und ich schaue mal... ...dass ich jetzt dann wirklich diskonnecte, wenn irgendwas ist. Äh, ja, in welche Richtung? Ich laufe in die. Ja. Scheiße, Mann. Das ist doch jedes Mal das Gleiche. Also, als Team ist man hier dann doch schon wirklich stark und kann dann richtig weit kommen. Hm. Da-da-da-da-da-und-dann-wackeln wir mal wieder nach oben. Ey, ich stecke fest. Verdammt. Ach ja. Im Merdad gleicher hier. Das macht er mit dem Zombie hier. Okay, ich glaube, jetzt mache ich es richtig hier. Anlauf nehmen und nach hinten. Hä? Ist das ein Zombie? Nee, oder? Wow. Warum hat der so ein Skin? Warum hat der Zombie Hände? Wow, was geht mit dem ab? Du bist gestorben. Alter Falter, was war denn das? Wieso können die Zombies eine Minecraft Skin haben? What? Was ist denn das bitte? Heieieieiei. Ach du Scheiße, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ah, und hier ist wieder eine Stadt. Iha. Dann schauen wir mal, was wir hier jetzt finden und dann gehen wir wirklich raus. Hä? Aber seit wann können die... What? Seit wann können die Spielskins haben? Wow. Ey, ich mache doch gar nichts. Hallo. Hallo, ich bin eh gerade erst drauf. Ja, ich habe noch nicht mal was gefunden, du Arschgesicht. Ey, solche Leute hasse ich dann wirklich. Oh, total behindert. Mann, 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 Mann. Arsch. Sei froh, dass ich alleine bin. Toll, jetzt bin ich hier natürlich wieder an der Stelle. Willst du mir hier hinten helfen? Was machen die Schäferstündchen? Magst du mitgehen? Hm, 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 hm? In die Richtung? Hast du Bock drauf? Hm. You have you tried last man standing? Das kenne ich gar nicht. Hoffentlich macht er uns nichts. Aber ich glaube, der denkt, wir gehören zusammen. Ähm. Ah, er hat geschrieben, I'm friendly. Ja, ich auch. Deshalb laufe ich dir jetzt hinterher. Dann bin ich nicht so alleine. Ich brauche Schuss. Tu dir nichts, ich will nur mitlaufen, dass ich nicht alleine bin. Mann, hau doch nicht ab, ey. Hat der der Backe oder was? Und ich verstehe das immer noch nicht, was das mit dem Ei auf sich hat. Mann, der sprintet hier so rum. Das ist aber auch nicht besonders gut. Weil der da die Lebensenergie um einiges mehr ist. Aber ich verstehe auch nicht, wie man den Leuten direkt schreiben kann. Aber ich habe doch so ein Ei. Ich ehrlich gesagt nix verstehen. Ah. Na, sieh mal einer an. Fett. Das fetzt. Der hat mich hier zu einer kleinen Stadt mitgeführt. Oder war ich hier vorhin schon? Ich hoffe nicht, dass wieder der Vogel drin ist. Ich glaube, hier war ich doch gerade eben schon. Ich finde es immer schwachsinnig, wenn die Leute gnadenlos auf einen einprügeln, nur um da jetzt irgendwie an bessere Sachen zu kommen. Sie sollen halt selber sich ihr scheiß Zeug machen. Jeder muss schauen, wo er bleibt und nicht deshalb andere umbringen. ein bisschen eine Kiste dran. Ja. Zombie-Fleisch. Toll. Zombie-Fleisch. Toll. Zombie-Fleisch. Nix gut. Ach ja.